Hier haben wir die Abtanzbar, abends zur Diskothek. Hier war gestern die Hölle los. Man hat kaum noch Platz bekommen. Schön eingerichtet. Gibt es jetzt die Whiskyverkostung? Hier wäre jetzt die Whiskyverkostung, wenn denn jemand bekommen wäre, sage ich mal so. Da muss man auf jeden Fall abends mal reingehen. Superschön.